Hey Leute, willkommen zurück zu The Chronicles of Riddick, Escape from Butcher Bay. Oh, ja, ihr seht richtig, wir sind schon wieder in einem neuen Knast angekommen. Ja, ist ja gut. Chill, Junge, chill. Oh, guck mal hier. Pack of Smokes. Smoking parents may give birth to wrinkly children. Ja, Eltern die rauchen, könnten seltsame Kinder bekommen. Was ist mit dem? Guck mal, der hängt da ein bisschen rum. Wow. Der hat ihn gerade umgebracht, einfach so. Ich hab Zeit, du nicht auch? Ja, wir haben leider gar nichts mehr, wie ihr seht. Also die schöne Rüstung und das Kampfmesser, das ich mir letztes Mal gekauft hab, war total umsonst. Alter, was? Warum tötet ihr hier alle? Einfach so. Ich mein, ist mir egal, das wird alles Schwerverbrecher, aber... Ach ja. Alles klar, Rail. Er sieht ja knusprig aus. Also, ziemlich matschig. Ah, jetzt gar nicht mehr. Okay, er hat sich wieder gefangen, aber ganz schön schnell. Na, Rail. Guckst aber ganz schön böse. Wuh? Nicht vordrängeln. Woher kennst du mich? Gettin' out of Max is one thing. After you show above ground, some even think you're gonna push Jagger Valance down. But Double Max is quite another. People are watching you. They never see me coming. Till it's too late. Jagger is the one down here. So far. Point is, there are rules. Look at the circle over there. Your Double Max home ends with this haul, unless you step into the circle and defeat a Blue Skid. Centurion arranges all the fights. Talk to him. And talk to Dogbone. He might help you get down to the mines. Danke. Aha. Also, Dogbone, mit dem soll ich reden. Und Jagger Valance ist hier der Chef, okay? No talking. Wie wird das... Was ist hier los? You will die. Ist das der Kreis, ja? No rules. Hey, Dogbone. We know you, Riddick. In fact, Jagger's been asking about you. But things here are more complicated than you heard. We need proof. You need to either kill Bam in the ring or manage to find your way into the drug interrogation room and beat the shit out of Abbott. You like the ring fight? See Centurion. Wanna buy some drugs? See two tongues in the courtyard. Alles klar. Also, entweder Faustkämpfe oder Drogen kaufen. Das ist ja lustig aus. Der Hut ist geil. Hey, Riddick. Let's go. Time to get into the ring. I'll let you know. Nicht jetzt. Ah, was haben wir denn hier noch alles? Hey, Thunder. Ja, du siehst aus wie Donner. Hey, Silencio. Okay, weil du sonst nichts zu sagen hast. Hey, Steel. It's my dream to work in the mines and meet Jagger Valens. I can't get out of the courtyard without fighting though. Blue Skins have me trapped. I got a med station back here. I'll let you use it if you pay me. No need. Oh, Harmon. Ja, das sind die Blue Skins. Guckt euch mal die Haut von jemandem an. Das ist das Tattoo. Boah, jetzt hat er echt mir ein hübscheres Motiv ausgesucht, weißt du? Na komm, gehen wir mal zu Centurion und kämpfen ein wenig. Was bleibt uns anderes übrig? Hey, Riddick. Let's go. Time to get into the ring. Du bist ja ganz schön vernarbt. Wahrscheinlich hat er auch schon so ein paar Kämpfe hinter sich. Set it up. A fight will cost you five UDs. But I'll let you in free. Try not to disappoint. Just send me a victim. I can't initiate any fights. Slam rules. So you have to find a victim, as you say. Ja, der lässt mich nicht durch, deswegen muss ich mir jetzt eine reinhauen. Geht nicht anders. Hey, Harmon. Ja, ja, ja. Ich prügel dir die Tinte raus. Das hältst du davon. Great, you have a challenger. Prepare to fight, Riddick. Rail defense. Alright, we have a fight. We have a fight. We implement Riddick against Herman. All bets are off. And remember, five percent goes to Jugga-Balance. Okay, there are only two rules. One, do not step out of the circle during the fight. Rule two, stay in the circle until one of you is dead. Ja. Bis man stirbt. So sind die Regeln, ne? Ja. Ich kill dich, du Schwein. Ich will dich, du Schwein. Nein, bis einer tot ist. Oder man hat Pech gehabt. Man muss hier ewig rumstehen. Die kennen da nix. Bam, bam, you die. Ja, in der Tat. Diese Geschütztürme, die kennen da keinen Spaß. So, dann schauen wir mal. Was haben wir hier denn? Free Ward. Und da ist der Tower 19. Was? No, no fucking in Recreation Area. Das ist ja nett. Da komm ich nicht weiter, ne? Das ist rot. Geh mal mal in den Free Ward. Äh, Feed Ward. Nicht Free. Der Feed Ward. Mal gucken, was hier so gefüttert wird. Sag doch Bullshit, wenn du's meinst. Swear an, was du das mal willst. Das ist immer BS. Ich bin kein Bullshit, Entregel. Ich versuche, es ist wahr. Hey, shut up, Suni. Get your goddamn head checked by a shrink or something. I've done that before. Ain't no fun. Oh, yeah? Well, do it again. And let him this time analyze your mind like that guy Sigmund Floyd. Sigmund who? Sigmund Floyd, man. He was the psycho professor from a long time ago or whatever. And, uh, had this idea that all guys wanna screw their mom or something like that. And, uh, also he discovered the mind and, uh, other stuff like, uh, Cerebros. The mind? Yeah, the mind. You know what? Shut the hell up, okay? I'm trying to explain. Relax. Sorry, Holmes. Anyway, this guy, he like discovered the mind and shit and everything. Dreams, some conscience, hypnophysing and fucking who knows what I mean. You don't say. Now that is hardcore. Yeah, Sigmund Floyd. You mean Sigmund Freud, ja? Get out of here, Maestro. Cuejas is our man. Hey, talk to Cuejas, all right? He runs the show. And Toto Cuejas is in charge here. You got a problem, huh? The Serenos blessings don't come free. Get it? We got a list from a guard with the names of some snitches. But some asshole grabbed it. I wanna know who. And I want that list. Alles klar. Kann man machen. Ja, das sind wohl die Latinos hier. Die sind aber gar nicht so verkehrt, glaube ich. Ja, interessant. Guck mal, die treten ihn gerade zusammen. Ihr seid doch Pisser, ganz ehrlich. Don't trust the fucking Hacks. Da drin gibt's wieder mehr Lebensenergie, habt ihr gesehen? Das ist mit dir nicht richtig. Oh, du hast Poison. Du hast ein bisschen Gift bei dir. Wer bist du denn gewesen eigentlich? In Heslon bist du gewesen, ja? Das ist ein ganz besonders hübscher. War Harman dein Lover, oder was? Oder? Hallo? Na? Oh, der sieht ja aus wie Zangief. Sawtooth. Boah, was ist denn das für ein Essen hier? Enjoy. Ja, auf jeden Fall. Hey, Schiffer. Naja. Ich hab ja leider nix dabei. 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 Du bist so, dass die Schiffern-Bug hierherrger? Ja. Und auch eine schwerinartige Mutter. Schürmann hat auf dem Boden gekriegt. Ja, ich sehe, wie beschäftigt du bist. Die Dinos sind veröffentlicht, aber Leben könnte besser sein. Was ist auf deiner Meinung? Was hast du gehandelt? Nicht viel heute. Ich habe ein Vent-Tool, ein Club und ein Schiff, alle custom gemacht. Hm, ich würde sagen, das Vent-Tool hört sich doch gut an. Das Vent-Tool. Use it well. Danke, guck mal ein Penis. Wo haben die eigentlich hier Stifte her? Ein Vent-Tool ist ziemlich praktisch. Ist ja alles zu. Ganz schön laut hier. Da steht da, äh... Keine Ahnung, ich könnte es nicht lesen. Die treten dann immer noch zusammen. Das ist, wo sie dich nehmen, wenn sie nicht... Oh, so. Ja, ja. Defeat Ward. Geh zurück, wenn du die ganze Snitch-Liste hast. Kann ich machen. Na gut dann, dann gehen wir weiter. Also hier gibt es nichts mehr zu tun. Gehen wir weiter zur Recreation Area. Ja gut, dass die immer durchlaufen hier. Haben sie immer frische Munition, ne? Was? Hey. Hey. Seid ihr für Pisser? Pass mir nicht an die Klöten. Ich schwöre dir. Ach, schade. Ich dachte, die bringen mich jetzt dahin, wo es keiner sieht. Habe ich noch ein bisschen Geld eigentlich? Ähm. 15. Warte mal, dann könnte ich mir doch noch... Äh, was sind das für Fliegen hier? Guck mal. Das sind ja kleine Vögel fast schon. Geht, geht, geht. Scheißhaus fliegen wahrscheinlich. Nein, 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 nein! Ich höre ja auf. Ich höre ja auf, Kinder. Hört mal auf. Wenn ich dann nämlich reinkomme hier, dann kann ich mich schön heilen. Und beziehungsweise noch einen ganzen Kasten mehr dazu bekommen. Das Gift haben sie also nicht gefunden. Interessant, ne? So Monster, ich muss mal mit dir quatschen. Hast du noch was? Ja, ja. Ach ne, 25. Shit. Nicht in... Shit, shit, shit. Ich baue noch 10 UD. Wo kriege ich die her? Na, bist du ein bisschen tot, hä? Ist schade. Willst du einen Kasten? Ich und Monster laufen den Kasten im Kasten. Er hat die Gäste. Ich habe die Schmerzen. Wo kommst du denn her? Sag mir über Monster. Ja, er baut die Gäste von seinem Spot in der Diner. Er ist wahrscheinlich da mit Chang. So, was sagst du? Wie geht es um ein paar Schmerzen? Ja, komm. Gib mir die Schmerzen. Okay, hier geht's. So. Not even healthy. Und wisst ihr was? Ich lad mal den Checkpoint. Weil, jetzt habe ich die Zigaretten. Und noch das Geld. Das ist voll gut, ne? Ich habe 30. Ja, okay. Das war für das Ventool. Ich warte erst noch ein bisschen. Warte, wo sind die jetzt? Hallucinations. Na gut, wie gesagt, das müsste jetzt eigentlich dabei sein. Das sind wie wette Donuts. Ah ne, das war's doch. Could cause Hallucinations. Ähm. Ja, denn. Ich muss jetzt mal gucken. Die Zigaretten. Achja, du bist wieder da. Hey. Bam. So. Ja, das ist voll gut. So, ich kaufe mal. Wenn ihr mich jetzt durchsuchen und da reinbringen, ich hoffe mal, dass es so klappt, dann kann ich mir nämlich gleich wieder mehr Lebensenergie holen im Anschluss. Was an sich ja eine feine Sache ist. Aber der Typ da war eben nicht da mit seinen Kippen. Der kam erst dazu. Da habe ich mit ihr schon gequatscht. Okay. Okay. Die Snitchlist. Straight back. Mal sehen. Hey, Jungs. Boah, die Schiff brauche ich nicht. Ich bekomme wahrscheinlich immer etwas besseres. Ach nein, bin ich gar nicht. Okay, dann hole ich mir nur das Ventool, Leute. Ja, sorry, weil ich das jetzt alles paar mal machen muss, aber... Ach! So. Keine Chance, du Arsch. Alles klar. So, das Ventool. Mehr brauche ich jetzt nicht. Gehen wir mal weiter mit den anderen Jungs quatschen. Ich habe leider kein Geld für die Zicks, oder? Na, ich brauche es nicht. Wie gesagt, ich habe sie schon. Ist aber echt schwierig, alle zu sammeln. Also man muss sich wirklich sehr, sehr gut umsehen, um alle Zigarettenpäckchen zu finden hier. Aber da ist es ja eh nicht auf Steam, es gibt auch kein Achievement. Ich meine, es gab es mal auf Steam, das Spiel, aber die haben es runtergenommen, leider. Warum auch immer. Kommt man leider kaum noch dran, außer man bestellt es sich online, so wie ich. Hey, Cricket. Ich habe eine custom-made, blöde scharpe Schiebe. Er kippt durch die Beine, wie ein softboiltes Ogg. Zick der da. Hör, Cricket haben die beste Schiebe, die du kaufen kannst. Ja, glaube ich sofort. Oh, der betet. Fakas Area. Jamal Udin. Ja, ich lasse ihn mal zum Mecker beten. Lass mich allein. Is Udin und Basim. Habula. Nein. Dann betet ihr immer schön. Hey Mann, du willst ein paar Schiebe? Ich kann dir ein paar Schiebe. Oh, pink. Pink ist leider ein bisschen in die Jahre gekommen. Ja, do you realize that everyone you know, someday will die? Das ist ja schade. Alles klar, danke dir. Das ist ja schade. Ja, das ist ja schade. Ich muss ihn holen, aber es gibt keine Chance, dass ich die Schiebe durchführen kann. Es gibt ein altes Schiebe, die du benutzt kannst. Du hast ein altes Stil, ein Filter-Smoke und eine Leiter? Ich werde die Schiebe zu sterben? Nein, du dumm. Du holst den Filter und es in eine Schiebe. Es ist ein bisschen schade, also du nicht in die Schiebe zu arbeiten. Du schade ihn in die Karte und er ist fertig. Oh, shit. Ich habe das gehört, natürlich. Das ist das, was ich werde. Du brauchst ein bisschen Praktis, also schade es einfach. Einige Leute können das Schiebe zu spüren, die Schiebe zu spüren. Ja, sicher. Danke. Kann ich gerne machen. Ich habe dich vorher vorher gesehen. Willst du eine Impression machen? Es gibt zwei PP-Member in der Section A. Diese Basterde haben den roten Tube, den ich wirklich brauche. Find out, wo sie ihn stasht. Und bringe ihn mir. Ich paye dir. Hm. Ich versuche es. Ja, also wenn wir hier Aufgaben bekommen, machen wir die natürlich. Leute, ich mache ja mal Schluss, ja? Ja? Danke fürs Zusehen und wir sehen uns wieder zu den Chronicles of Reddick und Escape from Butcher Bay. Was für komische Fliegen sind das. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.